Wir sind an der Haltestelle angelangt, wo auch immer wir uns befinden. Au! Okay, okay, gut zu wissen. Geschlossen. Ah. Okay, es gibt hier diese komischen... Seren.exe. Ich schau ein bisschen da rüber auf die andere Seite. Äh, okay. Dann halt doch nicht. Äh, what? Was bewirkt das denn? Da sind Löcher im Boden. Oh. Da konnten wir gerade irgendwas auswählen. Schon wieder. Ach so. Was zählt denn das letzte Bild, was da kommt? Das, das und die oberen zwei. Okay. Das, das. Und die zwei. Aha. Ich hatte immer das letzte Bild, was angezeigt war. Oh, schade. Das war's schon. Und jetzt sind wir unter dem... Unter der Haltestelle. Und sind aber auf der... Ach, wir müssen jedes Ding machen. Anscheinend. Okay. Dann machen wir... Hier weiter, beziehungsweise ist das auch closed. Ja, aber eine Ente obendrauf. Ah. Na. Gut. Dann gehen wir doch mal hier rein. Und schauen wir uns das nächste Rätsel an. Ach so, das sieht genauso aus. Ich hoffe, ich mache es richtig. Yes. Okay, direkt beim ersten Mal. Ich hoffe, das nächste Teil wird... ...noch länger brauchen. Also jetzt waren es diesmal fünf Lichter, die hätten blinken müssen. Wahrscheinlich kommen jetzt sechs und danach sieben. Sehen wir aber auch gleich. Okay. Tun wir uns das doch mal an. Ah, es sind nur drei. Ups. Oh, das war das Falsche. Wollte ich gar nicht betätigen. Ah, ist okay. 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 Wunderbar. Und jetzt kommt... Das ist die Frage, wo lang. Ähm, das letzte von denen. Wahrscheinlich kommt dann der nächste Zug und fährt uns dann wieder ein Stück weiter. Richtige Seite? Ja, tatsächlich. Dann wollen wir doch mal. Wie viele sind es diesmal? Oh, fünf. Das war direkt falsch, ne? Nicht richtig aufgepasst. Nicht richtig aufgepasst. Das war's. Ach, da oben. Aber wir müssen uns beeilen. Nicht, dass ihr noch wegfährt. Die Bahn. Oh, tolles Bild. Oh, tolles Bild. Ich dachte schon, der fährt nicht los. Okay, da spiel scheint noch sehr lang zu gehen. Hätte ich nicht gedacht. Da wird's weitergehen. Und da ist die Olle. Hallo. Oh, schade. Ah, wir haben ne Waffe. Warum auch immer wir ne Waffe kriegen. Schauen wir doch mal, was wir anrichten können. Schade. Ah, ja. Alter, die ist ja übelst krank unterwegs. Es sieht aus, dass du eine klassifische Umgebung zu erreichen möchtest. Hast du Administrator-Permissionen, um das zu tun? Geh da, Garnisch. Musik 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 Nee. Ah, man. Wieder so ein Glockending, ey. What the hell? Das gibt es doch gar nicht. Geht doch. So, Nummer 1. Das gleiche jetzt nochmal auf der Seite. Ach so. Geht das mal, der helle Ton? Die Musik war mal so schlimm. Das ist doch gar nicht so schlimm. Was ist das? 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 Das ist das? Was ist das? Was ist das? Es ist nicht so weit, dass wir den Hebel hier betätigen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017